live musik ist für mich einer der wichtigsten bestandteile unserer kultur und ich glaube dass nicht nur brot und liebe allein sondern auch kultur die menschen ernährt und das leben lebenswert macht die brücken die live musik zwischen menschen bauen kann sind meiner meinung nach unersetzliche stützen unseres menschlichen zusammenlebens mein album new legend ist für mich ein sehr persönliches denn in die musik die ich dafür komponiert habe sind intensive und existenzielle erfahrungen eingeflossen die meinen horizont deutlich erweitert haben nämlich die begegnung und das kennenlernen sowie die auseinandersetzung mit zwei geflüchteten unbegleiteten jugendlichen aus afghanistan viele sehr emotionale erlebnisse geprägt von angst kampf und leid aber auch freude trost hoffnung humor und liebe sind in der musik of new legend zugegen und machen dieses album für mich daher unik so 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 meine tiefe dankbarkeit gilt meinen wunderbaren mitmusikern tiadina wakewalker an der oboe christian jormin am klavier uwe steinmetz am saxophon und eric schäfer am schlachtzeug sie haben die umsetzung des albums möglich gemacht und der sound sowie das eng verwobene zusammenspiel auf new legend ist das ergebnis unserer mittlerweile jahrzehntelangen musikalischen zusammenarbeit und freundschaft so so und so 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 so